Hallo, ich bin Paul von Labona und heute habe ich ein paar Tipps für Sie, und zwar wie Sie an Produkte wie Jalousien, Marken-Jalousien, Pergolen und Insektennetze während der Corona-Krise ganz einfach von zu Hause aus kommen können. Gerade bei Jalousien und Gardinen waren wir es gewohnt, Produkte bei Montagefirmen und anderen Servicedienstleistern zu bestellen. Erst kam ein Geschäftsmann, dann ein Techniker. Man führte Gespräche und Beratungen, dann folgte das Abmessen. Im Moment ist dies nicht unbedingt der beste Weg, aber bei uns von labona.at und elabona.de kommen Sie ganz einfach an alles, was Ihr Herz begehrt. Bleiben Sie zu Hause und suchen Sie sich ganz bequem von der Couch Ihres Wohnzimmers etwas aus unserem Sortiment aus. Dank unserer Video- und PDF-Anleitung können Sie auf den Millimeter genau ausmessen, was perfekt in Ihr Zuhause passt. Wir bieten verschiedene Farben und Materialien und sofort wird Ihnen ein individuelles Preisangebot gemacht. Und bestellen Sie gleich. Wir liefern alle Bestellungen mit Ihren individuellen Wünschen innerhalb von ein bis drei Wochen. Und das direkt vor Ihre Haustür. Ganz einfach und sicher. Und Sie montieren dann, wann immer Sie wollen. Die Hauptvorteile sind, dass Sie weder Verkäufer noch den Installateur treffen müssen. Erledigen Sie alles einfach online von Ihrem Computer oder Telefon aus. Wählen Sie aus, bestellen Sie und dann zu guter Letzt montieren, wann immer Sie möchten. Und vergessen Sie nicht, dabei sparen Sie sogar noch all die Kosten für Techniker, Installateur oder Handwerker. Und keine Sorgen, das Montieren schaffen Sie sicher. Schauen Sie bei uns vorbei auf labona.at und elabona.de. Und falls Sie noch weitere Fragen haben, stehen wir immer mit Rat und Tat beiseite. Das war's schon von mir. Ich wünsche Ihnen einen ruhigen und erholsamen Tag. Tschüss!